Die Kofferlinie GEWA IDEA, der ideale Begleiter für anspruchsvolle Musikerinnen und Musiker. Das IDEA-Konzept beruht darauf, die traditionellen Herstellungsmethoden mit neuesten Verfahren und Werkstoffen zu verbinden. Mit dem GEWA IDEA Koffer Made in Germany, der sich in seiner schlanken und eleganten Form am renommierten Jägerkoffer orientiert, finden Musikerinnen und Musiker einen optimalen Begleiter, der durch sein extrem leichtes Gewicht überzeugt. Die wunderschöne Form mit ihrer Hochglanzoberfläche spiegelt den herausragenden Sinn für Ästhetik wieder, der Musikerinnen und Musikern zu eigen ist. Kohlefaser und Fiberglasmatten werden mit Harz getränkt und in Form gebracht. Nachdem das Harz ausgehärtet ist, sind sie unlösbar miteinander verbunden. Während dieses Prozesses entsteht die einzigartige Form der IDEA-Linie. Die Kombination aus Carbon und Fiberglas bietet den besten Schutz für das Instrument und darüber hinaus eine atemberaubende Optik. Eine voll auf die Funktionalität ausgerichtete Herangehensweise ist das Erfolgsrezept dieses Koffers. Die hochwertige und praktische Inneneinrichtung ist für alle gängigen Größen einstellbar. Der IDEA-Koffer hat sich, praktisch als Leibwächter des Instruments, schnell zum Liebling vieler Musikerinnen und Musiker entwickelt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020